Mit diesem Auto bin ich regelmäßig gefahren und zwar vor zehn Tagen und da bin ich dann nach hinten gegangen in dieses Verwaltungsgebäude, genauer gesagt in den Anbau ganz hinten. Da habe ich ein Monat lang gearbeitet, aber ich war über einen Monat lang hier und habe dieses Auto benutzt. Das ist ein gutes Aufzug hier an der Elfma-Station Köln-Trenbornstraße und die Treppe sind nur gesteig. Hä, warum fährt er auch nicht nach oben? Ah, jetzt komm ich da nach oben, ich mische mir die Ape voll. Hier ist er auch Ape voll. Und so haben wir heute bestes Aufflüge auf dem Anbau, hier bei der Elfma-Aufflüge. Der alte Finger ist einzigart. Schade. Ich suche voll, um den zu filmen. Und da ist die RB27. Ich filme auch Busse und Bahnen und zwar auf meinem Kanal Busse und Bahnen 2019. Und deswegen achte ich sehr auf Busse und Bahnen. Aber die Tasse ist hier nicht oben, aber die Tasse ist hier nicht oben. Und auch das Spiel ist hier. Und das ist hier ein sehr, sehr beliebter Platz für die ganzen Sharing an. Und das KVB-Rad und die ganzen E-Spooter für die Bahnhof ist hier sehr, sehr stark repräsentiert.